Ein Mensch hat an sich Haare, das ist eine Gottesgabe. Es gibt viele Variationen, die das Gesicht betonen. So fragt man sich verwundert, was wohl in einem schlummert, der diese Haarpracht trägt, obwohl's fast keinem steht. Er hat nen Porno, 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 hat nen Porno, 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 hat nen Porno, Porno Balken im Gesicht.